So, die ersten vier Mann, die klären dann mal zu bald die Tankstelle vorne. Hier vor uns im Haus, der ist hier im Haus drinnen direkt. Ja, Granate frei. Alle schönen Abstand. Granate. Oh mein Gott, die hellen du. Ja, ist nicht so leicht das zielen. So, Sanität da ran, ist schon einer vorne. So, Männer, zusammenbleiben. Zwei Mann gehen rein ins Haus. Ja, Check ist auf dem Weg. Samțe. Shut up. So, Abstand. So, Abstand. So, Abstand. preoccupiert jetzt. Ja. So, Abstand. So, Abstand. Weitere Ausfälle Charlie schwer verletzt Charlie burner Charlie musste Black Ton Ich muss mich zurückziehen, bin zu schwer versletzt. Gleich in das Gebäude rein und alle dort medizinisch versorgen. Das Gebäude direkt vor uns ist gesichert. Ich muss mich zurückziehen. Das Gebäude direkt vor uns ist eher eine Rewindmeldung. Vielleicht willst du eine Rewindmeldung. Ich nehme nach nämlich die Rewindmeldung. Ich habe nach dem Moment in der처 권로 zu erinnerst. Das Advanced und Aufmerksamkeit wird eigentlich sein, wenn du die Rewindmeldung aus dem Moment ausmachen. Und dann sage ich auf einmal. Das war's für heute. Bei den Dingo ist es alles schicken, ja. Und willst du? Alles schicken. Ja. Wunderbar. Ich bin schockt. Ich kann an dem Wrack eine Person erkennen. Motorhaube, linke Seite, linkes Vorderrad, mit einer AK wahrscheinlich. Okay, verstanden. Welches Wrack genau meinst du? Wenn ihr an dem Gebäude, wo ihr jetzt seid, rechts auf die Ecke verrückt, Vorsicht um die Ecke, Logan. Da liegt direkt einer hinter. Pkw war ausgebrannt. Taktiker Richtung Osten. Ja, wir kriegen Beschussreis von hinten. Gute Arbeit, Gute Arbeit, weiter beobachten. Haben wir noch Leute vorne? Ja, wir haben eine Aufhöhe der Tanksteller mit drei Mann. Ja, Roller, verstanden. So, die Fahrzeuge sind besetzt. Wir fahren dann weiter vor. Aufhöhe der anderen. Miller, wir haben eins Roller, wir haben zwei. Wir ziehen nach links. Wir müssen wahrscheinlich noch reparieren. Vier Roller. Roller. Solange die Kiste fährt. Ja, ich muss permanent Kirchen steuern. Komm mal, ihr Roller. Ich fahre hier linksseits an diesen. Und steht. Genau, hier halten wir wieder an. So, alle Mann dann wieder absetzen. Oh, Miller. Von vorn, von vorn. Okay. MG. Oben ab Stellung. 16. Oben ab Stellung. Links von der Straße. Wir sehen. Müsste am Ende der Straße sein. Ich sehe aber nichts. 160. Links von der Straße. An dem Gebäude. åh. Okay. Wahst. Musik. Musik. Tony, noch blau machen, kriegst du das hin? Ich mach das lieber anders, aber egal. Mit dem blauen. Taktiker aus Richtung 40. Schütze uns gescheiten. Ausfall bei uns hat Dingo. Männer nicht so auf der Straße stehen, ein bisschen Deckung suchen. Ich bin dran Jack. Team Blau, mach mal schnell. Ja, dann könnt ihr los. Okay. Ich gebe jetzt ein Team links, ein Team rechts und ab dafür. In der Mitte. In der Mitte. Ich bin dran. In der Mitte. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Dingo 1 für den Notfall, dass die Jungs vorne angeschossen werden, dann heizt ihr gleich die Straße hoch, passt nebenbei noch auf IEDs auch, aber halt im Notfall planen, ne? Dingo 1 so verstanden, wir unterstützen, wenn notwendig. Ja, so richtig. Führung für Blau 1. Ja, ich hör dich. Sollten wir IEDs wahrnehmen, melden wir uns und werden die dann auch gegebenenmaßen entschärfen. Ja, so richtig. 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 Ja. Ja, so richtig. Ja, so richtig. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, wohl so verstanden. Wir müssen uns eben nochmal zusammenfliegen bevor wir davor gehen können. Miller, bitte Techniker! Der Fahrer war tot, aber unsere Leute unterfahren. Okay, Führung, hier Dingo One. Hier vorne gab es einen Kamikaze-Piloten. Der hat hier zwei Mann mitgerissen. Also starke Ausfälle vor Ort. Wir sind noch nicht weiter in die Combans vorgedrungen. Wir sichern weiter. Ähm, ja, sind noch Sanitäter vorne vor Ort oder sind beide ausgeschaltet? Moment, ich sitze, aber ich prüfe. Hier ist noch ein Sanitäter vor Ort. Ja, alles klar. Sollen wir irgendwie unterstützen? Hm, also Charlie's Unfall, jetzt wundert mich, dass er... Ach Gott sei Dank, das fang da vorne aus. Fangen du schon mal das Versorgen an? Fangen du schon mal das Versorgen an? Bei Charlie nichts zu versorgen. Den muss man eigentlich nur noch irgendwie aufwecken. Äh, Leute, ich hatte gerade direkt einen Kontakt mit einem hier drin. Moment, warten. Alter! Äh, ähm. Alles gut? Ja, alles gut. Gut. Oh, Sonny. Ja, Elvis, du... Du sammelst sofort wieder Reifen ein, ne? Nee, ich mach nix. Gar nix. Ich sicher nur. Ich dachte... Wobei du recht haben... Warte mal. Nimm mit die Dinger. Das ist immer zu wenig. Du. Du. Du, 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 du... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020